Mein Computer, der hat eine Festplatte. Wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Wenn die zu 95% voll ist, passt noch 5% rein. Wie ist es mit Ihrem Gehirn? Das hat die völlig aberwitzige Eigenschaft. Je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Es gibt Leute, die können 20 Sprachen, die lernen die 21. in 6 bis 8 Wochen. Je mehr hier schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Das ist Fakt. Denn alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das schafft hier nicht Platz für was anderes. Blödsinn. Wir lassen mal Englisch in der Schule weg. Da können wir mit 20 besser Chinesisch lernen, weil noch Platz ist. Nach dem Motto, ja, die Leute, die jungen Leute, die können vieles nicht, aber dafür können sie was anderes, weil sie Platz für was anderes haben. Das ist Unsinn. Alles, was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das hat nicht dann Platz freigehalten für das, was Sie als Erwachsene lernen können. Dann ist es genau andersrum. Was Sie in Kindheit und Jugend nicht lernen, das behindert Sie bei weiterem Lernen. Umgekehrt, alles, was Sie in Kindheit und Jugend gelernt haben, das sorgt dafür, dass lebenslanges Lernen für Sie kein Problem ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht.